Moin Moin und herzlich willkommen liebe Eucalyptus Freunde. Wir sind wieder an Bord von unserem kleinen... Ja... Von unserem kleinen Unglücksdampfer. In der letzten Folge sind wir Gott sei Dank von unserem unfreiwilligen Landgang endlich mal wieder auf See gekommen. Das macht es tatsächlich überraschenderweise einfacher als an Land, denn wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Axt und kein gar nichts. Und dazu auch noch keine Materialien. Schlechte Kombi. So, wir gucken heute einfach mal, wie weit wir kommen. Erstmal pflanzen wir ein paar Kartoffelkiss und es scheint auch wieder nicht so unbedingt prall zu gehen, weil wir mal wieder kein Wasser haben. Ich muss unbedingt einen zweiten... einen zweiten... Hier, ihr wisst schon, zweite Kochstelle basteln. Ich komm grad wieder nicht auf Wörter. Wortfindungsschwierigkeiten, so geht's los. Ähm... Nein. Wieder zu kurz geworfen. Ich weiß nicht, was mit meiner Perspektive in diesem Spiel hier falsch ist. Irgendwie schätze ich das völlig falsch ein. Ist es fertig? Ja, es ist fertig. Und direkt mal ein bisschen Wasser gönnen. Rein damit. So ist... Oh, wir haben keinen Haken mehr. Oh, das ist nicht gut. Aber jetzt... So, krieg ich dich? Ne, du bist, glaub ich, hier. Du bist noch viel zu weit weg. In einer ganz anderen Gegend. Meine Kartoffel auf den Grill werfen. Aber jetzt krieg ich dich. Wenn ich weit genug werfe. So. Da haben wir noch eine leere Buddel. Ja. Tun wir uns noch einen Schluck Wasser. Direkt den nächsten nachgeköchelt. Oh. Ja, damit. Ja, ja, wir haben Hunger. Ich weiß. Apropos, wir haben doch auch zehn Se... Ah, ja, obwohl. Ich würde doch sagen, wir haben doch auch zehn Seile. Müssen wir doch eigentlich auch mal wieder eine Angel basteln können. Oh, das Kartoffelkiss. Mal gucken, was wir hier für einen Schabernack haben. Das wird uns jetzt auch nicht retten. Gut, dann... Angeln wir mal eine Runde. In der Hoffnung, dass die Fische hier auch nachts schlafen. Ich muss dich haben. Ja, klar. Ich bin drei... Ich bin noch keine drei Sekunden im Wasser und schon ist der stinkende Hai wieder da. Aber selbstverständlich. Nein. Das ist doch bestimmt nicht... Wieder nicht weit genug. Sag her, ich weiß nicht, was ich für einen schiefen Blick hier habe in diesem Spiel. Irgendwie scheint es ja echt ein Problem mit meiner Perspektive zu geben. Ich höre dich, hau ab. Ach, weißt du, dann halt nicht. Aber das ist eine Truhe. Truhen sind generell immer gut. Ach, komm, dann rutsch mir doch den Buckel runter, ganz ehrlich. Was ist hier? Hier ist Ernte fertig. Ballern wir auch direkt wieder welche nach. Haben wir noch einen Schluck? Nein, haben wir nicht. Hallo? So. Direkt mal nachhauen. Äh. Na danke auch. Ein Fisken. Ja, natürlich schön, wenn da mal ein Braten oder sowas drin wäre, aber nö. Wir knuspen uns jetzt einfach ein paar Rügen, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, gekochtes Essen und so ist nahrhaft, aber wir haben ja jetzt nicht unbedingt wenig davon. Und ich kann dieses Magengekrummel von ihm ab irgendeinem Punkt einfach auch nicht mehr hören. Und das geht mir im Moment ganz ähnlich. Reicht doch, wenn einer von uns hier Hunger hat. So. Wir dürfen jetzt pflanzen, weil wir dann nach. Noch ein Schluck Wasser drin. Nö. Aber jetzt. Wir kochen auch direkt mal nach. Äh. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Hui. So kann es auch unmöglich jetzt schon fertig. Achso. Na, wenn wir jetzt natürlich nochmal den Hai erlegen würden. Das wär's dann. Was stand da? Ich konnte es jetzt noch nicht mal lesen. Ach, das alte. Herzenständer, okay. Eine Rose. Wir können eine Rose bauen. Ich hinterfrag das nicht. Nö, seh ich gar nicht ein. Das hinterfrage ich jetzt nicht. Ich nehm das einfach so hin. Achso, angeln. Ja, da war was. Wir wollten angeln. Na. Na komm. Ich denke mal so 4, 5 Fisch hier. Dann haben wir mal wenigstens ein bisschen was auf Vorrat. Wobei, Vorrat ist hier so. Naja. Wirklich sowas wie eine Art und Weise zur Lagerung haben wir hier jetzt auch nicht. Ich glaub doch gesehen zu haben, es gab hier so irgendwas wie Vogelscheuchen. Nö, wir wollen mal schauen. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwas, was wir erstmal erforschen müssen. Und da weiß ich auch noch nicht so genau, wie das mittlerweile geht. Nö, wir wollen mal sehen. Ich glaube sowas wie einen Forschungstisch gesehen zu haben. Nö, wir wollen mal gucken. Na, im Moment haben wir ja keine Not an irgendwas. Da können wir auch mal ein bisschen mehr angeln. Im Meer angeln. Aha. Oh Gott. Da haben wir noch ein Fässchen. Das angeln wir uns natürlich auch. Das angeln wir uns natürlich auch. Genau so wie das da. Und da geht hier wieder die Sonne auf. Dann sehen wir auch mal wieder, wo wir hinpaddeln. Das ist auch nicht so schlecht. Mal gucken. Was können wir denn so anstellen? Das ist der Forschung. Oh, den können wir sogar bauen. Schick. Keine Ahnung, was wir mit dem genau machen. Aber es ist gut, den halt mal zu haben. Ähm. Sanftes Drehen. Okay. Ja, das ist sehr sanft. Doch. Ähm. So, was mache ich denn jetzt bei dir? Kann ich... Ich kann Seil erforschen. Okay. Ich kann doch bestimmt Plastik erforschen. Leere Flasche. Okay. Das wird spannend. Was ist das? Okay. Kletterfell. Oh, nicht duschen wieder. Yeah. Halt. Das ist es mir jetzt gerade mal wert. Wenn wir den Hai schon erlegen, dann können wir unsere... Die Früchte unserer Arbeit auch mal mitnehmen. So. Komme ich da dran? Nee, aber sowas von gar nicht. Mal jetzt vielleicht. Jawoll. Ja, guck mal. Es läuft doch langsam wieder ein bisschen voran. Aber Blätter... Nee, auch noch nicht. Äh. Können wir noch rüben? Nee, können wir nicht. Gut, rüben also nicht. Bretter. Auch. Steinchen. Das ist erforscht. Okay. Was bist du? Steinfeil. Ich kann mir zwar jetzt noch keine Verwendung dafür vorstellen, aber... Das wird bestimmt wichtig sein. Wir brauchen unbedingt diesen Kletterpflanzen-Scheiß. Das scheint ja cool zu sein, was man damit alles machen kann. Oh Gott, wir haben wieder alles. Wir haben wieder Durst. Wir haben wieder Hunger. Komm, schmeiß mal direkt mal hier so ein Heistick auf den Grill. Habe ich... Oh, ich habe sogar noch... Das sah nicht aus, als wäre es süß, was da gewesen. Ich glaube, das war nicht gut. Ein bisschen Kartoffelkiss und Möhren. Ja, rein damit. Da kommt noch ein Fesken. Ja, damit... Apropos, wo ich es gerade sehe, hier von wegen Fisch. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe in der ersten, zweiten Folge. Bin mir gerade nicht so sicher. Habe ich ja gesagt, dass ich eigentlich überhaupt keine Fisch mag. Oder beziehungsweise es. Lustigerweise ist genau jetzt die einzige Zeit im Jahr, wo ich wirklich sogar sehr gerne Fisch esse. Und zwar, wir haben im Moment wieder unsere Kirmes. Und die haben einen ganz besonderen Backfischstand. Und das ist tatsächlich das einzige Mal im ganzen Jahr, wo ich wirklich mega gerne sogar Fisch esse. Denn ich finde diesen Backfisch einfach nur sensationell. Den werde ich mir übrigens heute auch... Ja, die Kirmes ist eigentlich schon seit Freitag. Wir haben jetzt Sonntag. Und ich kam bisher einfach auch noch nicht dazu, auch durch die Temperaturen, die wir hier wieder haben, dass ich einfach mal so ein Fischli holen gehe. Und den werde ich mir zumindest heute Mittag in jedem Fall mal gönnen. Da bin ich schon total, total Hype drauf. Freue ich mich jetzt schon mega. Ach Gott, das ist noch gar nicht fertig, unser Steak. Ja, wir können auch noch mal was trinken. Und da kommt noch ein Fesken. Aber das jetzt mal nur so nebenan. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Seid ihr so Fischfreunde? Mögt ihr das? Vielleicht sogar diese Sushi-Mentalität. Warum? Doch echt, warum? Vielleicht sogar diese Sushi-Mentalität. Das ist ja was, wo ich so gar nicht irgendwie drauf klarkomme. Also so roher Fisch und so. Ich weiß nicht. Irgendwie nie mein Ding gewesen. Aber gut, wenn jemand sowieso generell keinen Fisch mag, ist es vielleicht auch nicht unbedingt eine Frage. Warum? Unbedingt eine Frage davon, ob es jetzt Sushi ist oder nicht. Sondern das, wie gesagt, es teilt generell einfach nicht meine Welt. Uff. Ähm. Ja. Die stelle ich mal lieber nicht ganz an die... Dann hauen wir uns mal so einen Fisch rein. So. Ja, ja. Essen ist incoming. Okay, das kann ich so nett. Einfach damit unser Zeug mal ein bisschen in Sicherheit ist. Pack mal den ganzen Scheiß mal da rein. Ich weiß, sortieren sieht anders aus. Aber das ist bei mir in allen Spielen so ziemlich eine Katastrophe, wo ich irgendwas sammeln kann. Also sagen wir mal vorsichtig. Der Inhalt sieht immer aus wie... Wie rein explodiert. Da kann man auch noch ein bisschen weiter vom Hai drauf. Das ist ein Hai-Steak. Komme ich ja nicht dran. Jo. Die Planke auch noch mitgeholt. Besser kann es ja fast nicht sein. So. Haben wir denn eigentlich noch irgendwas, was wir erforschen können? Das sieht, glaube ich, nicht so aus. Das haben wir schon. Dich haben wir auch. Ach, okay, Schrott können wir noch mit erforschen. Die, glaube ich, jetzt mal eher weniger. Der hier? Nö. Da kommt noch ein Fesken. Das war beschissen geworfen. Komm ran hier. Wie sieht es denn eigentlich aus, so segeltechnisch? 20 Seil. Okay, das ist gar nicht mal so wenig. Dafür, dass wir kaum Blätter haben, ist das gar nicht so wenig. Vorne kommt eine Insel. Vielleicht hängen wir uns ja wieder daran fest. Oh, da machen wir ein bisschen Wasser drauf damit. Na, das wird zu weit sein. Ja, das ist viel zu weit. Grauer Starr hat wieder gesiegt. So, jetzt dürfte es aber reichen. Komm ran hier. Blanken Blätter, das ist schön. Blätter brauche ich. Und zwar gar nicht mal so weniger. Da haben wir auch noch eins, was kilometerweit weg ist. Oh, aber genau getroffen. Hey. Es gibt doch noch Hoffnung. Naja, vielleicht auch nicht. Schrottsteine, Planken und eine Kadäffi. Könnte jetzt schlimmer sein. Kriege ich euch alle mit ein? Nein. Blättchen. Ah, du Schuppe. Ja, jetzt, wo ich eine Steinachse habe, komme ich natürlich nicht auf die Insel. So habe ich mir das vorgestellt. Neun Seile haben wir auch. Ah. Dürfen wir bei 13 sein. Und fesschen mit meinem Namen drauf. Kommen Sie mal ran. Ein ganzes Blatt. Müssen wir übrigens mal gucken. Ich glaube, es gibt ja hier auch diese, diese Fangnetze irgendwie für den ganzen Scheiß, der hier so im Wasser umher treibt. Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn wir da zumindest einen Teil mal mitnehmen können. Ich glaube, ich habe in einem früheren Spielstand das auch mal so gebaut, dass rings rund um das Floß diese Fangdinger waren. Und dann konnte man natürlich einfach quasi den Rahmen die ganze Zeit abschöpfen. Ich glaube, die gehen auch dann irgendwann kaputt. Irgend so was war das. Oh, da haben wir noch gar kein Wasser drauf. Wir haben schon wieder Hunger. Sehr Dank ist unser Filet auch fertig. Jetzt packen wir uns mal direkt in den Hals. Hauen wir noch einen normalen Fisch hinterher. Da haben wir noch Fesken. Das erinnert mich auch tierisch. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Im Moment habe ich mittwochs auch noch ein zweites Aufbauspiel. Beziehungsweise ich bin mir noch gar nicht so sicher, wann es jetzt wirklich rauskommen soll. Ob Dienstag oder Mittwoch. Können wir mich auch gerne mal wissen lassen. Und zwar ist das Fartest Frontier. Ist eine geile Aufbausimulation. Und ähm... Da habe ich auch im Moment einen Fischer, der da irgendwie um sein Leben angelt. Habe ich so den Eindruck. Erinnert mich doch gerade so ein bisschen hier da dran. Halt! Genau dich brauche ich. Wobei der natürlich nicht auf dem Floß unterwegs ist. Was haben wir denn? Ach Gott, wie da hat... Wie da Durst! Das könnte bei uns im Moment auch nicht passieren. Dass irgendjemand Durst hat und das dann auch noch mit Wasser löscht. Wie gesagt, wir haben im Moment hier bei uns Kirmes. Und ich bin ja hier quasi im Herzen der Eifel unterwegs. Ähm... Also sagen wir mal so, für dieses längere Wochenende, wo die Kirmes ist, ist eigentlich fast alles, was man so trinkt, was jetzt kein Wein ist, Schmutz. Das sei denn natürlich für Kinder, gar keine Frage. Ich bin zwar auch ganz gern mal ein Weintrinker, aber ich trinke äußerst, äußerst selten. Zumal ich ohnehin eigentlich so gut wie keinen Alkohol trinke. Oder wenn, dann auch nur extremst selten. Aber so mit Bier oder sowas kann man mir eigentlich keine wirkliche Freude machen. Ich weiß nicht, fand ich immer irgendwie zu bitter, den Scheiß. Ich merke schon, ich komme wieder vom Hundertsten ins Tausendste, aber das macht ja nix. Raft ist für mich ja auch so ein kleines Projekt, wo ich dann einfach auch mal ein bisschen von der Leber quatschen kann. Während ich Kartoffeln einsammle. Oder einpflanze. So, Wasserwett. Da haben wir noch ein Plättchen, wenn ich das richtig sehe. Na, Opa Gicht schmeißt wir da Kilometer weiter neben. Ne, Moment mal. Wir haben ja hier auch noch, ach Gott, hier haben wir ja noch massig drin. Ähm, wie viel brauchten wir von dem Shit? Wir brauchten... Äh, gar keine gebrauchten Blätter. Okay. Och. Ehrlich, mach dich doch mal vom Acker. Ich weiß nicht, wir haben hier doch Schrott. Können wir nicht sowas wie eine Harpune mal erforschen oder so? Wir wollen da endlich mal so eine dauerhafte Lösung für unseren schuppigen Freund finden. Okay, eben habe ich noch gewitzelt. Sieht tatsächlich ein bisschen so aus, als ob wir wieder anlanden würden. Ich bin wirklich Krieger, grauer Stau. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht verschwinden. Ähm, wir brauchen Wasser. Hä? So. Na, hier jetzt hoch zu klettern... Weiß nicht. Halte ich jetzt nicht unbedingt für die beste Idee des Jahrhunderts, denn wir werden wahrscheinlich gleich hier dran ein bisschen abglitschen. So, dann haben wir einen Anker. Eiköder. Irgendwo gab es, glaube ich, auch einen Anker. War doch nicht sowas. Das ist Wurfanker. Ja, guck mal. Die Frage ist, jetzt brauchen wir den wirklich oder hängen wir jetzt hier tatsächlich fest? Das ist halt das Problem, ich will das Schiffchen ja auch nicht verlieren, wenn wir es schon unter... Unter solchen Problemen hier beibehalten haben. Ach, da ist gar nichts dran. Na, jetzt knüpft es halt, jetzt kommen wir wieder in Fahrt. Was ist das, was ich befürchtet habe? Können wir mal... Äh, what? Keine Ahnung, wie der jetzt genau funktioniert. Hält der uns jetzt wirklich? Ist der ausgeworfen? Äh... Ah, okay. Jetzt... Jetzt verstehe ich. Bitte sag mir, dass der hält. Äh... Ich hätte vielleicht auch unsere Taschen mal leer machen sollen. Na, guck mal, unser Schiffchen ist gar nicht so klein, wie ich das immer red. Äh... Oh Gott. Das finde ich auch so geil, dieses mit dem Finger einfach dahin zeigen. Hat irgendwie doch viel Schönes. Ähm, MM-Fischliessseile, alles mal hier raus. Highcop-Promer ist auch nicht wirklich. Ähm... Was ist hier wieder für ein lustiger Scheiß drin? Vorhagen, ja, der... Der bringt uns ganz weit nach vorne hier. Das ist das Schönste, was ich mir jetzt hab' vorstellen können. Ach. Ähm... Schlücken Wasser. Ach, das ist der Blödsinn, das klappt ja so gar nicht. Oh, noch ein Fischli, den können wir auch mal verknusen. Nächsten mal aufs Feuer gehauen. Regen. Der große Gleichmacher. Nein, Plötze. Äh... Ach, jetzt haben wir die Planken ja weggefeuert. Komm nochmal raus, du. Ja, nur zwei Stück. So, dann trinken wir uns noch ein Schlückskel. Ach, komm. Die Frage ist jetzt natürlich, kommen die auch, wenn ich auf der Insel unterwegs bin und da rumkraxel. Snack mir hier meine Scheiße, das wäre natürlich ungeil. Genauso wie der. Hallo? Ne? Achso, Plastik. Ein Plastik. Sollen wir bitte nicht hörben? Okay, Gott sei Dank. Ähm, du warst da drin. Die können wir mal da reinfeuern. Eigentlich können wir auch nochmal einen Schluck Wasser nachkochen. Kann ich euch ernten? Nö. Na, ist schlecht. Doch, ich kann euch wohl ernten. Zumindest kann ich euch jetzt ernten. Platz. Ja, genau. Was hat es eigentlich mit den Blaupausen auf sich? Kann ich doch garantiert irgendwie lernen. Bauplan Antenne. Ich weiß noch nicht, wie das hier funktionieren soll. Ah Mann, ständig hinsetzen. Schmeißen wir die Kartoffeln wieder rein. So, jetzt gehen wir aber endlich mal. Gut, jetzt haben wir wieder fast keinen Platz. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal an Land. Ähm. Warum grauchen wir? Ich komme ja nicht mal an Land. Und es ist quasi direkt vor der Tür. Hier, nimm das. So, jetzt lass mich doch bitte einfach mal auf Abenteuer vorgehen. Habe ich hier auch. Habe ich dabei. Bin mal gespannt. Das soll ja hier wohl auch, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie Tiere an Land geben. Dann hauen wir uns direkt mal gleich eine Kokosnuss. Schade, auf unserer Insel wären wenigstens Kokosnuss hier gewesen. Frage ist, kann ich Bambi jetzt mal hier so... Nicht, ne? Ich hätte ja schon gern so eine Kokosnuss, wenn ich denn dann eine hier mal finden würde. Aber das hier sieht irgendwie nicht unbedingt geil aus. Das müssten Bananen sein. Alter, was ist bitte diese Insel? So, jetzt wirklich auf Monkey Island angekommen? So, hier. Gelbe Blume. Was haben die denn nur mit ihren Blumen? Was ist denn das? Ähm. Ist mir egal, ich nagel jetzt hier die Palme um. Hä? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Da, halt. Ja, ich kann. Komm mal her, ich will dich doch nur mal streicheln. Halt. Jetzt bleib doch mal stehen halt. Halt. Ich kann mir schon vorstellen, warum manche Leute Vegetarier werden. Halt. Nicht weglaufen. Ich will dich doch nur ein bisschen Hardcore streicheln. Jetzt komm doch halt mal her. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach. Uff. Wie viel denn? Hä? Oh Gott. Ähm. Ja komm, wer ist nachher mal auch Rundfisch? Ist nicht unbedingt geil, aber... Ne, ist es halt wirklich nett. So, jetzt haben wir noch Hunger obendrein. Äh, Quatsch. Durst du obendrein? Gar nicht mehr so wenig. Wir brauchen unbedingt diese, diese Flasche. Na, das hat uns hier richtig nach vorne gebracht, die Aktion. Aber wir haben eine Kokosnuss. Die können wir direkt essen. What? Okay. Ich hab zwar keine Kokosnuss gesehen oder aufgehoben, aber wir mal hinwerben, eine. Da ist Bambi wieder. Halt. Oh, jetzt halt doch, halt mal an. Wie viel Leben hast du? Ich hab den Speer am, am... Ich hab den Speer am Reh kaputt gemacht. Alter, was geht denn hier ab? Äh, okay, dann halt nicht. Ich seh schon. Ich fälle Bäume nicht. Ich zertrümmer die einfach, okay? Jetzt können wir uns aber auch mal ein bisschen Melönchen gönnen. Da ist doch bestimmt Wasser drin. Jo, und zwar gar nicht so wenig. Ähm, kann ich... Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich euch? Naja. Ähm, Wolltschbär. Okay, wir haben nicht mehr genug Planken. Aber wieder noch zwei Kokosnüsse. Okay, die Bäume sind ja mal richtig geil. Ich rode jetzt hier die Insel. Kann man einen wunderschönen Parkplatz drauf bauen oder so. Ja, dass ich die hier nicht verarbeiten kann, ist blöd. Es gäbe doch bestimmt geil Blätter. Aber auch voll nachhaltig, dass wir hier direkt den ganzen Baum umnieten samt Kokosnuss. Und super Idee. Okay, drei Seiler. Kein Ding. Hehe. Rehlein. Ich seh dich. Oder beziehungsweise ist es ja gar kein Rehlein, ist ein Böckchen, oder? So. Irgendwie so was Ziegenhaftes. Boah, das kostet aber echt Nerv. Pff. Pff. Halt. Toll, das hat mich wieder oddplayed. Da. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich den nicht schmeißen oder so. Also, was das Kleine hier im Vergleich zum Hai an Lebenspunkten hat, ist schon happig. Halt. Bleib doch mal stehen. Es ist keine Schande, gegessen zu werden. Ich kann doch jetzt hier nicht stundenlang diesem, diesem Ding hier hinterherlaufen. Okay, er hat gewonnen. Oder vielleicht auch nicht. Ach, jetzt komm, fall doch mal um. Oh Gott, wir sind schon wieder low. Das gibt's doch nicht. Da futtern wir uns noch eine Melone rein. Komm, ich gebe auf, dass da bringt ja so nichts. Können wir das hier denn noch? Ne, können wir auch nicht. Okay. Naja, war ein Versuch. Gibt's da hinten noch irgendwas? Okay, nein, da kommen wir so auch gar nicht hoch, oder? Gerade schauen, ob wir da auch noch ganz hoch kommen, aber ich fürchte fast nein. Oh Melönchen. Kommen wir bestimmt nie wieder zum Floß. Was? Kann ich euch? Ne, euch kann ich auch nicht. Gut. Was war das? Was ist das? Pilze? Höhlenpilz. Bei meinem Glück sind die Dinger giftig. Mal ein bisschen Melone futtern. Ah, wir haben aber auch einen unnatürlichen Hunger, oder? Ich weiß nicht, was uns hier eben angegriffen hat. Vogel wird's hier... Was denn? Ich seh's einfach nicht. Ah, okay, doch. Wir kommen so den Berg hoch. Easy snack. Nein. Alter, was zum Henker? Ah, wir sollten übrigens... Ich glaube, es ist langsam ungesund, hier zu sein. Ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Das, was uns hier angreift, oder der Hai? Ajoeaai.... Ach, nöö... Manfred, hau ab. Eieiei, naja, immerhin haben wir ein bisschen Ressourcen, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen kaputten Speer, beziehungsweise einen neuen Speer. Und wir haben Pilze. Können wir die eigentlich, ich mein, ich hab ja keine Ahnung. Nein, können wir das selbstverständlich nicht. Können wir die grillen? Da haben wir ja immer noch das Eischnitzel drauf liegen. Äh, gut, wir werden es herausfinden. Futtern wir uns noch so ein Fischli. Dann würde ich sagen, kommen wir hier auch mal wieder zum Ende für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs mit dabei gewesen sein. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie euch das Projekt gefällt. Ob ihr euch davon mehr wünscht oder ob ihr lieber ein anderes Spiel sehen möchtet. Und, ja, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne, ein wunderschönes Wochenende. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem man hier die Folge seht. Bis zum nächsten Mal in der Karibik. Ciao, ciao. Und haltet die Füße trocken. Bis zum nächsten Mal in der Karibik. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.